So, hallo Leute, servus. Heute mal hier mit nem Let's Fun von GTA 5. Ich weiß gar nicht, ich wollte mal kurz ein bisschen Schleichwerbung machen. Ich hab ein Let's Talk hochgeladen. Also wenn ihr mal wieder hier so am Gucken seid, nicht wahr? Dann schaut einfach mal bei Let's Talk. Was haben wir hier? Sun Trap, ja super geil. So, super. So, und zwar wollen wir hier mal mit meinem Bötchen fahren. Ich hab ein bisschen Kohle gehabt, hab mir dieses Yachtlein einfach mal hier zugelegt. Und dieses fette Schiff da hinten, das hab ich mir geklaut. Ja, geklaut hab ich mir das. So, warte mal. Ja, wie gesagt, schaut einfach mal bei den Let's Talks bitte rein. Ja, wenn ihr mal auf meinem Kanal euch rumtreibt, warum auch immer, schaut mal in die Let's Talks rein. Ja, da hab ich schon ein Video hochgeladen. Ich will einfach mal ein bisschen Feedback haben, ja. Wie gefällt euch das? Soll ich weiter Let's Talks machen mit meinem Kollegen, ja. Oder sollen wir das lieber mal gehen lassen, weil ihr sagt, ja komm, das ist doch alles nur Schwachsinn, nur doof, Geschmarr, ja. Das müsst ihr uns natürlich sagen. Denn, ja, ich hab ja hier schon die Playlist drauf, ja, mit Let's Talk und so. Ja, wie gesagt, das Boot, das ist jetzt für cooles Geld zu haben. Für nicht mal 30.000 könnt ihr euch hier dieses schöne Bötlein hier kaufen. Ja, wir drehen jetzt hier vorne hier kurz eine Runde. Und dann machen wir auch schon wieder das mit dem nächsten Boot weiter. Ja, hier mal schnell um die Bojen rumsausen. Währenddessen labere ich noch ein bisschen. Ähm, ja, wie gesagt, man, with the mask Video, wie gesagt, da kommt bald wieder was. Und, naja, mit dem anderen. Ihr wisst, was ich meine. Da dauert's natürlich noch ein bisschen, ja, mit diesen Haupt-Let's Plays. Ihr wisst ja, was los ist. YouTube verweigert mir hier irgendwie das Hochladen dieser Videos. Äh, natürlich kann ich das sehen jetzt nicht verübeln. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ähm, weil die, die sind irgendwie zu lang, ja. Ich hab einen 30-Minuten-Part gemacht. Äh, weil ich da wirklich so im Zocken war irgendwie, dass ich das, ja, keine Ahnung, so gemacht hab halt, ne. Ja, hier schön mit meinem Sportboot. Ja, bald, ähm, ihr habt ja gehört wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es schon welche des Let's Talk angeguckt haben. Wenn nicht, ja, dann hinterlasst einen Kommentar, ja, und gebt mir einfach ein bisschen Feedback. Es muss nicht immer positiv sein. Hauptsache, es ist hier ein bisschen was da an Feedback. Dann ist mir schon alles recht. Das ist hier, oder? Ja, hier ist mein Slot. So, gut, warte mal, jetzt gehen wir hier kurz wieder hoch. Ich hab übrigens gestern einen ganz lustigen Bug entdeckt. Ja, äh, und zwar kann ich hier, äh, warte mal, wo ist eine Leiter, die ist besser zu benutzen? Das wollte ich euch mal kurz zeigen, ist mir gestern aufgefallen, fand ich total geil. Ich hab gestern hier nur noch Leute umgefahren, weil ich einfach Lust drauf hatte und Bock hatte. Äh, und zwar geht es so. Ja, ich weiß, es ist komplett sinnlos, aber es macht Spaß. Super geil, super spaßig hier auf dem Auto draufstehen. Fuck, okay, was ich auch noch zeigen kann ist, das funktioniert auch im Wasser. Pfff, wenn man zu doof ist, einfach von diesem Scheiß runterzuspringen. Schau, jetzt liegen die hier. Ja, Franklin hat ein unglaublich langes Wasservolumen. Ich kann euch mal zeigen, wie das geht, dass sie so extrem schnell da ablevelt. Äh, das geht einfach so, dass sie einfach extrem lange mit Unsterblichkeiten da Wasser bleibt, dann levelt es ab. Ich zeige euch das mal kurz. Hier ist das Auto. Ja, das dürft ihr jetzt hier auch. Ne, verweigert ist das. Scheiße. Jetzt werde ich hier von dem Auto gerade. Okay, also wie gesagt, das ist ganz lustig. Dieser Bug hier, dass ich den entdeckt habe, finde ich ganz geil. Was könnten wir jetzt ein bisschen machen? Äh, ich hab da mir ein bisschen was überlegt. Wir könnten hier mal zu einem Fragezeichen hinfahren. Ja, das wäre natürlich nicht schlecht. Zum Beispiel hier, äh, Freaks irgendwas, ja. Da könnten wir mal hin. Dass wir einfach ein bisschen wenigstens Mission machen. Wir dürfen gucken, dass wir hier nicht zu lang machen. Ja, deswegen, sonst kriegen wir es wieder nicht hochgeladen. Ich habe ja damit nicht gerechnet, dass das nicht funktioniert dann. Ich habe ja mit gerechnet, hab fest daran geglaubt, dass wir hier einfach so beliebig lange Videos hochladen. Das ist auch nur ein Part, der eine halbe Stunde lang ist. Ja, deswegen habe ich gedacht, das wird nicht so wichtig. Aber es ist wichtig anscheinend. Ja, dann macht YouTube. Finde ich nicht so geil, ja. Aber dann ist es scheißegal. Äh, ich glaube, das dürfte dann... Oh, fuck, da ist es schon. Hier schnell nochmal zu einer Straße. Dat ist halt geil, wa? So, jetzt machen wir hier kurz einen Abgang, Niedergang. Hier ist die Straße. Boah, das geht natürlich schön runter. Da können wir doch schön mit dem Köpfer, oder? Fährt hier gerade ein geiler Flitzer rum. So ein Rolls oder sowas. Wir cheaten uns hier schnell mal so eine Karosse. Und fahren zu diesem Fragezeichen, das hier ein bisschen unterhalb ist. Das mache ich recht schnell jetzt. Versuche das recht schnell hier hinter mich zu bringen. Ja, da unten ist es schon. Oh, das war geil. Das müssen wir... Oh, scheiße. Wäre das nicht gewesen, wäre es richtig bosshaft geil gewesen. Okay, da ist es auch schon. Fremde und Freaks. Das scheint irgendwo hier zu sein. Laufen wir doch da dann mal hin. Da, der ist es. What the fucker? Give me that motherfucker. Hey, 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 whoa. Back up there, cowboy. I know my constitutional rights. Anyway, I know you're coming here to suck cocks. I'm sorry. What the fuck you talking about? Oh, hey. Look, I saw the quarterback lose, man. And, you know, some of those older records here even makes them a little bit closeted. Let me just say it. What? A black man walking in Vine? Would you think he'd play PG Sellout? You bitch-ass punk motherfucker. Oh, shit, man. Oh, hey. I'm sorry, dude. I didn't have my contacts in, you know. I mean, I love black people. Yeah, you know, like, like, they love me. Ja, okay, also, das scheint ja ein ziemlich merkwürdiger Kerl zu sein. Jetzt machen wir das auch noch. Also, das finde ich halt geil. An Trevor, äh, an Trevor, an Franklin. Mirandas auch. Ach so, das ist, äh, dieses schöne Teil hier. Es gibt natürlich hier schöne Fotos. We don't call her the silicone slattern for nothing. She looks like a bloodhound in a wind puddle. God, I love her. Oh, man, no wonder this whole town's in third. I love her. What the hell here? Das ist ja natürlich hier ganz schön ein Randale-Fahrer. Oh, yeah, real subtle. Also, gut, dann probieren wir es hier nochmal. Das ist eine recht lustige Mission, stelle ich gerade fest. Oh, der. Alter, scheiße. Ja, da hat man einmal gelabert, ja. Ist unglaublich schwer. Labern und gleichzeitig hier zocken. Ja, hoffentlich kriegen wir den noch. Ja, okay, hier sind wir schon wieder, da ist er. Was ist hier los? Ja, ey, was jetzt hier, weißt du mal, was du willst hier? Ja, aber cool, ein Motorrad haben wir ja auch. Ich würde sagen, das bringen wir mal eben zu unserem Haus, würde ich sagen, ja. Ja, das fahren wir jetzt hier noch kurz hin. Ich würde sagen, wir haben hier 10 Minuten gemacht. Ich fahre das jetzt hier zu meinem Haus, verabschiede mich für diese Folge, sonst wird es hier wieder zu lang, ja. Ja, also Servus mit diesem kleinen Let's Fun mit Nebenmissionen, Servus. Ich fahre das jetzt. Ja. Ja.